Die Schlacht bei Vordewich in der Nähe von Hammer in Schonen war die letzte und entscheidende Schlacht des dänischen Bürgerkrieges zwischen Erik Imune, König Nils von Dänemark und dessen Sohn Magnus Nielsen und führte zur Königsherrschaft von Erik Imune. Die wichtigsten Quellen zu der Schlacht sind das Kroneiken Rosgildens, die Gestadanorum des Saxo-Grammaticus und die Knüttlinger-Saga. An Pfingsten zogen König Nils, sein Sohn und Henrik Skadela sowie die Bischöfe des Reichs mit einem großen Herr nach Schonen, um ein für alle Mal die Entscheidung mit Erik Imune herbeizuführen und so den Bürgerkrieg zu beenden, der seit dem Mord Magnus Nilsens an Herzog Knut Lawat im Januar 1131 Dänemark heimgesucht hatte. Inzwischen hatte sich aber der Erzbischof Asker von Lund auf die Seite von Erik Imune geschlagen. Asker hatte eine starke Truppe, die Erik sehr wesentlich verstärkte. Außerdem war es Erik Imune gelungen, deutsche Truppen zu bekommen. An Pfingstmontag, den 11. Juni 1134, kam es zur Schlacht bei Vodewich. Erik Imune, er besiegte das Herr des Königs Nils. Es war die erste Schlacht in Nenemark, in dem eine Reiterei in großem Stil zum Einsatz kam. In dieser Schlacht kamen Magnus, Henrik Skadela, die Bischöfe Peter von Rosgilde, Tore von Riebe, Kertil von Westerwig und Henrik von Sigtjuna und 60 Geistliche sowie viele weltliche Große ums Leben. König Nils floh mit Erik Imunes Bruder Harald Kessia, den er gerade zum Mitkönig ernannt hatte, zunächst nach Seeland. Danach zog Nils nach Schleswig, wo ihn die Bürger aus Rache für den Mord an ihrem Herzog Knut Lawat töteten. Harald Kessia floh nach Norwegen. So wurde Erik Imune, er König von Dänemark.